So Freunde, ich habe eine gute Nachricht. Hat er die reingeworfen? Ja, nein, er hat sie schon geschossen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, du darfst dich ausruhen. Wir spielen am Pult, wir spielen das Spiel Maskottchen. Die wahren Helden in einem Fußballstadion, mit denen habt ihr gejubelt. Und ich will von euch wissen, wie heißen diese Maskottchen? Ich will die Namen der Maskottchen wissen und nicht den Verein, sondern Namen der Maskottchen. Fünf Sekunden, ihr müsst rücken. Wenn ihr glaubt, es zu wissen, fünf Sekunden Zeit zu überlegen, ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt, ist die Antwort falsch, kriegt der Gegner den Punkt und das Maskottchen ist aus dem Spiel. Und wer nach 13 Maskottchen mehr Punkte hat, der gewinnt drei Punkte. Kennst du die alle? Natürlich, die wohnen alle bei mir zu Hause. Wir machen mal ein Beispiel. Wir brauchen den Namen des Maskottchens. Guck mal hier, wie heißt dieses Maskottchen? Wer ist das? Hier hingucken, da vor euch. Wer ist das? Das war Berni, das wäre richtig gewesen. Das ist auch das Einzige, das ich kenne. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht. Dann freue ich mich sehr. Berni wäre richtig gewesen. Das aktuelle Maskottchen von den Bayern, früher war Barzi, dann glaube ich Eselsepp gab es auch bei den Bayern. Die Bayern haben mehr Maskottchen als Traineranfragen, das gibt es so auch nicht. Was ist denn los in dem Verein? Nein, aber es war nur ein Beispiel, Mehmet. Ich würde dir so gerne diesen Punkt geben. Es war aber nur ein Beispiel. Aber jetzt geht's los. Ihr habt es begriffen, sehr schön. Wie heißt dieses Maskottchen? Kann ich auch die Hälfte des Publikums anrufen? Nein, nicht ganz. Nicht? Bei Wer wird mir näher geht das. Ja, da sind wir nicht. Da spielt man nicht so schön. Hennes! Du sagst, das ist Hennes? Ja. Und das ist richtig! Jetzt weiß ich nur einen weißen Mann. Ich weiß keins mehr. Ihr sagt die ganze Zeit, ihr wisst nichts. Und schon, Beispiel ist richtig, Hennes war richtig. Hennes muss man kennen. Vom 1. FC Köln. Ich war nur zu spielerster Punkt für Markus. Aber was kann jetzt kommen? Was kann jetzt kommen? Das kann kommen. Wer ist das denn? Und hat Matthäus. Wie heißt er? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ihr wisst es nicht? Nein. Ihr wisst schon, dass es vom DFB ist? Ja. Würde man unschwer erkennen am Trikot? Ich hätte es fast getippt. Ja, DFB ist klar, aber wie dieser komische Fein seine Tiere nennt. Keine Ahnung. Es wäre Paule gewesen. Paule. 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 Noch nie gehört. Gut. Kein Punkt für niemanden. Es steht weiterhin 1 zu 0 für Markus. Hier ist das nächste Maskott. Vom BVB? Mhm. Das haben wir uns fast gedacht, aber wie heißt es? Keine Ahnung. Jungs, ihr habt alle in diesen Steinen gespielt? Ja, gespielt, aber nicht mit dem unterhalten. Hast du den? Die reden meistens nicht. Normalerweise. Hallo, ich bin Markus Babbel. Ja, und ich bin's. Zum Sie. Es wäre? Wer weiß es? Die Klasse. Niemand. Emma, natürlich. Das sind die BVB-Fans. Emma trocknet gerade Tränen. Wenn Emma Markus zu nahe gekommen, wäre das abgegritzt. Ja, das könnte natürlich sein. 1 zu 0 nach wie vor für Markus. Ich hab gute Chance zu gewinnen mit 1 zu 0. Hinten dicht machen. Hinten dicht machen. Jetzt kommt Maskottchen Nummer 4. Das ging schnell. Den weiß ich noch. Fritzle. Den weißt du noch? Ja, beim VfB gespielt. Ja, sicher. Und Trainer gewesen. Und das ist richtig. Fritzle. Mit dem hab ich jetzt gesprochen. Ja, tatsächlich, der kann reden. Mit dem hab ich jetzt gesprochen. Deswegen kenn ihn. Aber jetzt weiß ich nichts mehr. Fritzle hatte 4 zu jubeln in dieser Saison. Ja. Sehr stark. Der VfB Stuttgart. 2 zu 0. Ich warte noch auf eins, den ich noch kenne. Ja, wir gucken mal. Welches Maskottchen ist das? Und vor allen Dingen, wie heißt das? Mmmh. Bayer Lebkuchen. Jo. Oder was? Das Maskottchen von Bayer Leverkusen. Heißt? Vizekusen. Definitiv nicht mehr, mein Freund. Meister. Meister. Vor- und Zunahme sogar. Rainer Kallmund. Brian the Lion wär's gewesen. Brian the Lion. Gut. Nächstes. Wir haben ja noch ein paar Bundesligisten. Oder auch Nationalstaaten. Aha. Okay, wollte ich gerade sagen. Nummer 6. Wer ist denn das hier? Ach. Ach. Ach Gott. Ach Gott. Was ist es denn? Für die EM. Für die EM. Ist wunderschön geworden, finde ich auch. Wenn wir was können in Deutschland, dann Maskottchen. Oder? Ist doch so. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen hat er Hosen an. Endlich. Schaut so ein bisschen aus wie das alte VfL Bochum Trikot, gell? Ja. Wo Darius Wosch eigentlich drin gewohnt hat. Das hätte ihm auch gepasst. Ihr wisst es nicht? War das ein Wink oder was? Nein. Das war... Nein. Das war... Oh Gott. Das glaube ich auch. Ich glaube, Philipp Lahm muss noch ein bisschen dran schrauben an der PR-Arbeit, wenn man ihn nicht kennt. Wisst ihr es? Publikum? Albert. 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 Das merken wir uns alle. Für zwei Wochen habt ihr noch Zeit, euch das zu merken, Mehmet und Markus. Und dann wird abgefragt. Aber das ist ja auch jetzt wirklich kein... 2 zu 0. Kein schönes Maskottchen. Ja, das... Das kann man... Also... Das kann man nur auf den Punkt bringen. Ist nicht so, dass man sich das merken müsste. Es gibt auch schöne Maskottchen. Das hier zum Beispiel. Wer ist das denn? Das ist Gladbach. Ja, Gladbach, aber... Was ist denn das? Das ist ein Waschbär. Ich sehe nichts, Leute. Was assoziiert man mit Borussia Mönchengladbach? Fohlen, ja. Aber was für ein Fohlen? Markus, was haben wir eigentlich jahrelang gemacht? Vor uns... Das weiß ich auch nicht, was ihr beruflich gemacht habt. Vor uns sitzen. Europameister und 6-malige deutsche Meister. Ja. Und Sie wissen nicht, wer Ihnen zugejubelt hat. Es ist doch unfassbar. Darf ich vorstellen? Das ist Jünter. Das ist Jünter... Netter. Ja. Jünter aber natürlich niederrheinisch ausgesprochen. Jünter. Du bist ja Gladbach-Fan. Ich bin ein bisschen nah bei diesem Verein, aber selbstverständlich auch mit allen anderen Maskottchen freundschaftlich verbunden. Zum Beispiel auch mit diesem. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Leute, ganz ehrlich. Ob die... Wer hat sich das eigentlich ausfallen lassen? Wer hat sich das eigentlich ausfallen lassen? Wer hat sich das einfallen lassen, ne? Ich finde das sehr, sehr, sehr... Die ganze Gruppe hier, der ganze Block weiß es. Wir haben uns warm gemacht während der Zeit, wo die nie getanzt sind. Ja. So, wer ist es denn? Welcher Verein? Fangen wir doch mal ganz vorne an. Welche Sportart? Union Berlin. Union Berlin. So. Die Eisernen. Aber... Was ist der Ritter der Kokosnuss, oder? In Gottes Willen, was ist denn hier los? Ja, was soll man... Ritter der Kokosnuss. Aber du merkst schon, dass keiner von uns barfert, gell? Ja, das merk ich schon. Ja, das haben alle mitbekommen. Es ist auch nicht Ritterrost. Es ist Ritterkeule. Ritterkeule. Aber ist doch keine Keule, das ist doch ein Morgenstern. Ja, aber er heißt so. Das musst du mit ihm da ausmachen, ja? Diskutier gerne. Er spricht. Äh, 2 zu 0. Es ist immer noch ein Spielstab von 2 zu 0. Wir sind jetzt schon bei Maskottchen Nummer 9. Das reicht. 2 zu 0 reicht. Nein, das reicht nicht. Das reicht. 13 haben wir vorbereitet. Die werden auch alle reingefahren. Hier... Mehmet kann theoretisch aber auch sowieso noch gewinnen. Also ich würde jetzt hier nicht aufgeben. Und wir haben ein Maskottchen, das du theoretisch kennen müsstest. Ach so, stimmt für Mehmet zugeschnitten, oder? Na, das kennst du auch. KSC, oder was? Hier ist es. Oh Gott, das will... Meine Leute, ganz ehrlich. Was beschwerst du dich denn? Du warst in Brasilien. Ganz ehrlich. Relativ lange waren wir in Brasilien. Auf der Dachterrasse und haben ihm immer zugewunken. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Ja, das ist richtig. Darf ich vorstellen, das ist Fuleco. Fuleco, das Gürteltier aus Brasilien. Sag mal, das ist aber jetzt nicht... Verstehen Sie Spaß, oder sowas? Anscheinend bald. Wir haben noch drei. Sogar vier. Ich weiß noch, eins weiß ich, was noch kommt. Sogar vier, weil es so viel Spaß macht, haben wir sogar noch vier. Hier ist Maskottchen Nummer 10. Schalke und jetzt? So oft. Schalke. So oft. Aber ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich? Also ich habe den schon öfters gesehen, aber... Du fragst dich das schon. Und dann hast du in der Zeit nicht recherchiert, um vorbereitet zu sein für dieses Spiel. Auf das Spiel hätte ich eigentlich kommen können. Ja. Ihr wisst es wieder nicht. Nein. Ich werde wahnsinnig. Wie heißt er? Erwin! Erwin! Der ganze Saal schreit Erwin! Aber was ist das? Kannst du mir sagen, was das ist? Habe ich vorhin gesagt, ihr seid Fußball-Experten. Ja, ne? Was ist das eigentlich für ein Maskottchen Nummer? Das ist einfach Erwin. Das ist ein Typ aus dem Pott. Das ist ein Typ aus dem Pott. Sag mal, kennst du den Erwin nicht? Einen Onkel Erwin habe ich daheim, ja. Hast du? Ja, ja, ja. So. Markus, wenn du jetzt einen Punkt machen solltest, dann hast du die Spiegel. Ich hab mein Pulver verschossen. Nur mal so. Ohne jetzt... Ich hab nur noch einen. Ich hab genau zwei. Du führst 2-0. Wir haben noch drei. Ne? Was ist eigentlich, wenn ich buzzer und sag's falsch? Dann kriegt Markus einen Punkt. Ja, buzzer. Sehr gut. Besser ist natürlich, du buzzerst und sagst es richtig. Genauso wie bei Bernie. Es hat doch geklappt im Beispiel. Ja. Hier ist das nächste Maskottchen. Vielleicht schon das Entscheidende. Ja, wir haben uns das noch nicht ausgedacht. Es ist wieder aus Deutschland. Und hab ich vorhin gesagt, Deutschland kann Maskottchen? Ja, das ist der Beweis. Deutschland kann Maskottchen. Von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Nochmal. Von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ihr wisst es nicht. Nein. Was ist das? Fußball. Wie nennt man ein Fußball auch so? Okay, ich löse auf. Pille. Pille wär's gewesen. Pille wäre die richtige Antwort gewesen. Wir müssen weiterspielen. Markus, trink Ausflugchen. Noch kann Mehmet ja ausgleichen. Wir möchten zahlen. Zwei Punkte. Zwei Punkte noch. Zum Ausgleich. Es gibt nur noch eins, was ich hier kennen will. Ja, den zum Beispiel. Was ist ein Überraschungseil? Dino. Dino. Da wird geklatscht. Es ist ein Dino, aber er heißt nicht so. Das ist der erste Punkt für Mehmet. Die Antwort ist falsch. Hermann. 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 Hermann hieß mein Vater. Gegen Hermann Rieger. Hermann. Wir haben noch ein Maskottchen. Das heißt, Mehmet kann noch ausgleichen. Es kann in die Verlängerung gehen. Und wenn ein Spiel es verdient hat, in die Verlängerung zu gehen, dann das hier. Denn es gibt noch sehr viele Maskottchen. Wo diese Maskottchen wohnen, gibt es noch sehr viele weitere. Aber erstmal Maskottchen Nummer 13. Danach würde abgerechnet. Wer ist das? Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm. Adler. Wie heißt Adler? Eddy. Eddy DJ. Erst mal drücken, wenn ihr antworten wollt. Ich will nicht drücken. Mehmet, du musst drücken, du musst alles auf eine Karte. Wie nennt man einen Adler? Deine letzte Chance. Horst. Horst. Wie sag ich es Ihnen? Es ist leider nicht Horst. Es ist Attila, Markus Babbel gewinnen. Aus dem Stadion schossen. Knappes Ding. Wie die ganze Zeit schon. Und das bedeutet, es gibt Punkte. Drei Stück für Markus. Markus geht mit 6 zu 0 in Führung.